Willkommen, mein Name ist Andreas Klamm, Journalist, Rundfunkjournalist, Schriftsteller, Autor von zehn veröffentlichten Büchern, staatlich geprüfter Gesundheits- und Krankenpfleger und Rettungssanitäter, zudem Gründer der Freien Arbeitsgemeinschaften für Medien und Hilfeprojekte regionalhilfe.de im Jahr 2006 und ISMOD, International Social and Medical Outreach Team, im Jahr 2008. Dies ist ein internationaler Notruf. Mayday, Mayday, Mayday. Notfall, Notfall, Notfall. Mayday, Mayday, Mayday. Dies ist kein Übungsalarm, sondern ein echter Alarm. Dies ist ein internationaler Notruf. Mayday, Mayday, Mayday. Gerichtet an Gott, den Herrn und an den Herrn Jesus Christus und an alle Menschen, die möglicherweise zur Hilfeleistung bereit sind. Dies ist ein internationaler Notruf. Mayday, Mayday, Mayday. Gerichtet an Gott, den Herrn und an den Herrn Jesus Christus und an alle weitere Menschen, die zur Hilfeleistung bereit sind. Mayday, Mayday, Mayday. Gesendet von Andreas Klamm, Journalist, Rundfunkjournalist, Autor, Schriftsteller, Buchautor von zehn veröffentlichten Büchern, Gründer von Radio TV IBS Liberty, Independent Broadcasting Service Liberty, RPF, Rundfunk und Programmarbeitsgemeinschaft für Film, Funk und Fernsehen, ISMOT, International Social and Medical Outreach Team, Grace Medcare Limited London, Medienpflegedienstleistungen international, Medien- und Pflegedienstleistungen international, Grace Medcare Limited. Weitere Informationen im Internet bei www.radiotvinfo.org Weitere Informationen finden Sie auch im Internet bei www.radiotvinfo.org oder mobilfunktelefon 0049 178 8172114 Mobilfunktelefon 0049 178 8172114 Mein Name ist Andreas Klamm, Journalist, Rundfunkjournalist, Buchautor von zehn veröffentlichten Büchern, Schriftsteller, Radio, Fernseh, Filmproduzent, staatlich geprüfter Gesundheits- und Krankenflieger und Rettungssanitäter. Geboren am 6. Februar 1968 in Ludwigshafen am Rhein. Dies ist keine Übung, sondern ein echter Notruf. Redaktion und Produktion Oterra Pro Radio, Fernsehen, Nachrichten, Medien und Informationen aus Deutschland und der Welt Andreas Klamm, Saberort, Journalist, Postfach 1113 67137 Neuhofen, Deutschland Telefon 06236 41 68 02 Telefon 06236 48 90 44 Und im Internet www.oterra-pro.de